Weitere geht es mit einer neuen, blutigen Folge. Chivalry mit einem Mann, dessen Kolben auch immer merkwürdige Substanzen dran kleben hat. Kreis! Ich hab den Schlabberkolben! Ich bin blau, was bist du? Ich bin rot. Ah. Warte, ich wechsel. Ja, mal im Angriff. Wir waren jetzt immer in der Defender-Seite auf der Karte. Ja. So, hier reingestochen. Boah, da spritzt das Blut. Und da fliegen die Kugeln und Kanonen und Dinge sind... Oh, geil, ey, das ist so gut. Angreifer hab ich hier, glaub ich, noch gar nicht. Ich auch nicht. Ich hab immer rot hier gespielt. Ich wär immer einer von den Roten. Also einmal, irgendwie, da liegt das Spiel grad hier zufällig, bin ich reingekommen, war die Karte offen. Ich dachte, okay, kannst du auch weiterspielen, wenn es schon mal angefangen hat. So, guck mal hier, zack. Ein bisschen hochheilen. Nein, hier. Oh, äh, well, uh, orders. Weißt du, ab und zu den Stimmen. Er hat einen Pfeil im Auge. Anstacheln. Ich will diese schnöselige Stimme haben. Die Stimme von Prinz Pippin, weißt du? Die ist einfach, einfach die beste. Oh, da hinten ist noch so'n, so'n kleiner Bogenschütze. Alter, wir pressen die so gut, Alter. Die werden gerade abgepressed. Boah, Junge. Warum stimmt der nicht? Oh mein Gott, ich hab den in den Schädel hart zermatscht. Also, die kriegen von mir hier richtig die Früchte ihres eigenen Arschgesichts. Hä, wo ist dein Schild jetzt? Oh, da kommen wieder alle. Oh, das gibt's nicht. Wie viele? Männer. Nice. Ey, komm schon, Jungs. Was? Mein Kopf schwebt in der Luft. Wie geil ist das denn? Oh mein Gott. So, jetzt hab ich wieder hier meine Variation. Obwohl, ich muss sagen, Schild und Hammer ist eigentlich auch ganz nice. Ey, die Katapultbrüder hier hinten, die geben sich richtig, ne? Ich muss hier nochmal ein bisschen... Die Katapultbrüder. Sind zu zweit am Katapult. Zack, wegholen. Okay, wir nehmen das gerade ein. Wir sind eigentlich schon durch. Hey, Cheat Badge, hat einer gesagt. Nein, so ne Fresse, halt ihn doch in die Fresse hier, Boxner. Jetzt Castle Walls, Freunde. Von hinten. Wow. Mr. Busch, Mann. Jetzt mal hier wieder in der Bandage. Wow, 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 wow. Oh, shit. Sorry, du. Reintreten. Ich weiß gar nicht, wie chattet man. Komm, von hinten. Alter, was hält der aus? Endlich. Der war krass. Und der hat mich gelobt. Und der hat mich gelobt. Ich wünschte, ich könnte zurückloben. So wie ja, ist gut gemacht. Fetter Fight. Das wär irgendwie cool. So, dann gehen wir mal rein ins Tollhaus. Oh, ich kann meinen Banner hier nicht aufstellen. Welch Frevel. Der Frevel-Banner. Oh Mann, was ist Frevel? Nice. Geiles Pony. Jetzt müssen wir mal das Tollhaus erobern. Ja, wirklich nice. Und dann Feenlein-Spiegel-Steif müssen wir irgendwie. Ja, ja, ja. Jetzt sind wir mal dran. Ui. Das ist doch Blasphemie. Achtung, die kommen von hinten. Die kommen von hinten. Ist mir so egal. Rein in die Menge. Guck mal, ich lenke die ab. Ich lenke die ab. Brüllen. Ab und zu noch einen kleinen Brüller machen. Oh Mann, warum kommt keiner hinterher? Ich bin drin. Ich bin drin. Ja, Mann, das ist auch so. Da gibt es auch noch eine Leiter. Leute, rein, rein, rein. Einfach rein, einfach rein. Ja, ja, ich bin drin. Aber das sind so viele. Ja, hier die Bengel auf meiner Seite hier. Ja, ja, ja. Ich weiß gar nicht, wohin. Nee, ich bin in der Ecke und... Nee. Egal, wir kommen durch. Wir kommen durch. Ich glaube, ich habe die Nuss geknackt hier auf der Seite. Keine Chance. Also hier war es gerade richtig, richtig räudig. Dass die oben in dem Wagen stehen bleiben. Einfach auf die Mauern verteilen. Weißt du, dass die anderen keine Chance mehr haben. Dass du halt schön streuen kannst. Und nicht mehr hier der Fokus auf dieses Ding hier ist. Genau. Boah, Alter, hier oben ist alles. Boah, was ist hier los? Hier oben ist alles. Alter, wie viele sind hier? Jetzt eine Brandgranate, ne? Ja. Ich versuche reinzugehen. Männer, von der anderen Seite. Da müsst ihr jetzt rein. Da ist niemand. Boah, Alter, ja. Ja, da ist meiner. Alter. Ich versuche nochmal hier mit einer Brandgranate ein bisschen zu spielen. Die hat jetzt gesessen. Eine Brandgranate. Ja, ja, geh mal rüber. Ich bin bei dir. Boah, da drüben ist kaum was los. Da kann gar nichts los sein, ey. Au. Kommt schon, Leute. So, rüber, rüber, rüber. Ach, das gibt es nicht. Der blockiert hier den Weg. Geht doch weg. Hier steht so ein Typ und ich kann nicht hoch. Banner, Banner. Komm schon, bevor sie mich haben. Ja. Okay. Jetzt drängt sie rein, drängt sie rein. Rein. Bam. Ja, jetzt, 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 jetzt. Jetzt sind wir drin, Junge. Jetzt sind wir drin. Die Nutz ist geknackt. Alter, der eine hier mit seinem Superbreitschwert. Ja, ja. Boah. Mal gucken, ob die gleich auch so einen König-Safe-Kill aus Versehen haben. Ich habe die Falltür geöffnet. Bringt uns das irgendwas? Ja, wenn welche draufstehen, bringt das was, ja. Ach so, da müssen wir, okay, verstehe. Ich hoffe, das wäre vielleicht irgendein anderer Eingang, den man dann hat. Oh, wir erobern. Jetzt läuft's, jetzt läuft's. Ah. Ah, ich gehe jetzt mal nicht weg. Ich habe auch gepupst auf Kills. Ja, ich sage ja, immer, das ist, in dem Modus ist es im Endeffekt egal, wie viele Kills du hast. Es gibt ja auch einen, wo, hier, ne, ist so mehr Leute tot und so. Ey, das verstehe ich ab und zu nicht. Du trittst jemanden so heftig, ne? Ja, ja. Und er kann trotzdem irgendwie weitermachen. Leute, wo seid ihr? Die sind schon wieder in... Haben Mähen da drin. Ich bin tot. Ich habe lange gehalten. Extrem lange. Boah. Aber irgendwie gefühlt keine Points dafür bekommen. Also eigentlich waren wir gerade alle oben, ey. Bei uns auf der Heimatbasis. Rein, 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 rein. Wir haben nur noch eine Minute. Dann hopp. Rein, Männer, rein. Wir müssen halt einfach unsere eigenen... Die, die hier Minuten lang irgendwie rumhucken und sich... So, jetzt, 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 jetzt. Halten, halten, Leute, halten. Alter, wir sind so viele jetzt hier oben drin. Ja, aber die sind gerade einer mehr, zwei mehr. Boah, guck mal, wie viele. Jetzt, jetzt reinrennen, genau. Jetzt rush da rein. Okay. Erobern, erobern. Mach den Tod. Ey, wir sind doch alle hier oben. Ja. Aber irgendwo unten oder... Irgendwo unten. Oh, no, no, no. Rein, rein, rein. Das gibt's nicht. Oh, Leute. Ey, das gibt's nicht. Bringen wir uns einfach zurück. Oh, meine Güte. Es gibt nicht mal irgendwie so eine... Nee, nee, es gibt keine Overtime. Zumindest nicht in der Beta. Puh, ich hätte gedacht, wenn ich's keine Overtime. Das war eben gerade... Die haben uns abgezogen, du. Und dabei hab ich... Also, ich hab wirklich nicht auf Kill gespielt, sondern ich stand da oben und hab versucht, zu halten und zu halten. Und ich war auch eben noch gerade bis zum letzten Atemzug mit drin. Boah, wie viele Ränge gibt's eigentlich in der Beta? Keine Ahnung, ich bin jetzt erst Rang 8. Ich bin fast, glaub ich, 12 oder 13? Ich bin fast, glaub ich, 40. Ja. Lion Spire. Mach mal Lion Spire. Ich scheine bei Blau zu sein, oder? Ich weiß nicht. Wir haben nur den Modus hier. Äh, wir sind in einem. Okay. Wir sind bei Blau. Wie die Waffen da eben reingeworfen wurden, hast du's gesehen? Ja, ja, weil andere noch ihre Waffen changen. Ach, das kann man hier noch drin machen? Ich denke mal. Oh, neuer Kreuzritter. Öltopf. Mal ausprobieren. Malalalalala. Malalala. Hahaha. Es geht direkt wieder los. Es ist so geil. Oh, Entschuldigung. Ey, I'm damn sorry. I'm damn sorry. Yes. Seinen Schlag konnte ich noch setzen, wenn mir der Kopf genommen wurde. Was, wie hat er das denn geblockt? Der hat Augen am Rücken. Der Hexenberg. Ey, komm. Wir müssen nur die Banner, äh, die Dinger halten eigentlich. Acht Minuten. Ne? Also eigentlich, guck mal, aber die schieben schon so hart wieder. Ja, die schieben richtig hart. Jetzt bin ich umzingelt von Leuten. Boah, sind das viele. Das war unschön. Das war eben gerade richtig unschön. Ja gut, die haben auch den kürzeren Spawn. Na, der Anfang ist halt immer einfacher für sie. Boah. Was? Das war fast eine Parade schon. Alter, es sind zu viele. Es sind zu viele. Ich bin ganz alleine hier. Ich bin unterwegs. Ich bin gestorben. Da fliegen Menschen rüber. Ich hab gerade einen Ritter fliegen sehen. Boah, ey. Mit fünf, sechs Mann auf einen, ey. Uh. Oh. Oh, Alter. Wie sie fliegen, die Dudes. Ah. Sorry, Bro. Boah. Ich hab wieder den Herzschlag backt, dass ich die ganze Zeit den Herzschlag höre. Nein, nein, nein. Von hinten. Was? Ey. Wenn ich getreten werde und ich schlage zu, bei mir ist immer Stillstand. Tritt sitzt, Stillstand. Gegner sagt, juck mich nicht. Juck mich nicht. Du trittst mich, Waller. Ich keule. Ne? Hä? Alter, machen die hier gerade einen unschönen Push. Ja, guter Kampf, guter Kampf, ey. Der haut nicht mal Respekt draus, der Penner. Ich würde echt gerne am Wagen verteidigen, Walter. Ich verteidige am Wagen. Es sind fünf Mann immer hier, Alter, die sich so einzelne Leute aus der Seite picken. Es ist unglaublich krass. Aber die schieben jetzt den anderen seitlichen Wagen durch. Was sind so viele? Sind die noch unterzahlen? Ich weiß es nicht. Wir werden hier gerade hart überrannt. Dann gucken wir jetzt pushen die hier wieder ganz ekelhaft. Ein Kürbis. Alter, ich nehm ein Kürbis mit. Ich nehm jetzt ein Fass. Kürbis, Junge. Kürbis. Die Kürbis, Brüder. Wir werden auf allen Schlachtfeldern der Welt bekannt. Achso, hier rennt wieder einer hinten rum. Ja, nice. Wow, 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 wow. Boah, hier sind wieder Flammen und alles. Ey, warum bleibt das nicht stehen? Kürbis. Ich hab ihn. Ihr habt den Kürbis, okay. Rette den Kürbis. Ich hab den einen, den Kürbis. 30 Damage. Ah, Kürbis ist geil, Mann. Sissi, machen die Kürbis gut. Ja. Ey, du kannst das Ding nicht aufhalten hier. Ey, wir sind eigentlich so viele. Wir sind eigentlich so viele gewesen. Ja, aber nicht genug. Nein, es ist, weil die sich vom Wagen dann wegbewegen. Die anderen sind schlau und bleiben am Wagen stehen. Die, ne, so... Die gehen zum Wagen hin, der wird registriert. Da ist eine Person, die schiebt. Die anderen gehen halt vom Wagen weg. Du musst nicht nur am Wagen stehen. Ja, ja. Boah. Jetzt hab ich erstmal hier einen von Pally Olsen bekommen. Ja, die schieben durch. Die schieben durch. Wir haben halt auch immer so viele Fernkämpfer da hinten. Da muss man die Klasse wechseln und rein. Ich hab'n Ballistpfeil, Alter. Ich hab' jemand mit nem Ballistpfeil gespießt, ey. Okay, der Rambock ist durch. Der ist durch, ja. Der ist durch, Frandos. Aber vielleicht können wir hier halten. Jetzt kann man hier halt wieder Stöcke um zwei gerunterwerfen. Wir sind ja schon dreiviertel durch jetzt wieder. Also hier so einen Stein runterwerfen. Zack. Ich lenke die halt hier am Rand ein bisschen ab. Jetzt komm ich mal runter. Alter, als ob. Als ob. Als ob der mit der langen... Ey, das ist so unbeerlistisch. No, ich wollte gerade meine Brandbombe werfen, aber er hat sie nicht geworfen. Warum? Ah, unglaublich. Oh, jetzt machen sie die Leitern hoch. Die Leitern sind oben schon. Dann lass oben verteidigen. Ziel gescheitert, die brechen durch. Nein, nein, nein. Der Typ ist mir genau reingerannt. Wer hat denn diese Brandbomben eigentlich? Äh, Krieger. Das ist ein Warrior-Dude. Boah, den hat er gut pariert. Sehr gut gemacht. Sehr geiler Kampf. Warum? Okay, ich hab ihn. Der Maune nicht aufgehört hat. Das heißt... Boah! Und da ist ja noch einer! Oh, shit! Unglaublich. Unglaublich. Ja, aber den hatte ich noch. Den hatte ich noch. Ey, schöner Kampf. Schöner Kampf gewesen. Okay, wo sind die? Die rennen hier bei unserem Spawn rumstellen, weiß ich sogar. Ich weiß nicht. Wir müssen auf jeden Fall wieder den Dorfplatz bannern jetzt. Tragen wir es wieder aus, am alten Dorfplatz. Es ist immer der alte Dorfplatz. Also es ist immer irgendein Dorfplatz, wo es ausgetragen wird, ja. Ja. Aber die haben da schon irgendwas rausgeholt, ne? Ein bisschen Dorf-Space haben die schon. Ja, aber wie? Verstehe ich nicht. Da hat sich einer wieder vorangeschlichen. Ja, weil die da wieder... Ja, ja, da hat sich einer wieder vorangeschlichen. Ich bin in den Matsch getreten. Uh, was war das? Boah, irgendwer hat mit einem Ballist hier reingefeuert. Da oben. Das ist auch noch so ein Abendbrust-Dude. Bleibt beim Dorfplatz, Männer. Uh. Ich werde geheilt von Lord Kreis. Ja, ich habe nämlich am... Am... Am Bannermann habe ich gefasst. Diese kleine Axt ist geil. Die gefällt mir. Wow, 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 wow. Jungs, 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 Jungs. Wir müssen auf jeden Fall auf dem Dorfplatz stehen bleiben. Komm mal mit, Lorde. Ey, da kam noch einer von hinten. Shit. Ja, ja. No, jetzt trennen wir schon wieder. Ich habe auch bestimmt bald wieder eine gute Brandy. Für Argyll. Für Argyll. Für Argyll, Mav. Für Argyll. Oh, Leute, 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 Leute. Da geht's rund. Ich glaube, da wer ist. Dein blöden Gesicht. Leute, da geht's rund. Alter, der blockt aber auch einen weg, du. Oh, der hat gesessen. Au. Boah, die sind krass, die sind krass drauf, Junge. Die sind echt krass drauf. Au. Alter. Wie sie da alle reingestochen haben. Komm schon, Männer. Haltet den Dorfplatz. Haltet ihn. Achtung, die kommen von der Seite. Egal, erst zum Dorfplatz und dann verteidigen. Weil, ne, sonst. Ey. Ey. What? Alter. Übel. Alter. Übel. Erobern die das Ding? Ja, die erobern das Ding. Und wie? Ich seh nur noch rot. Ja, deswegen sag ich ja, am Dorfplatz kämpfen und nicht vorne in den Gang. Aber alle, viele rennen vorne in die Gänge rein und wollen halt da schon vorverteidigen, sozusagen. Bringt aber nichts, weil dann stehst du vorne alleine in den Gang und die anderen stehen alleine am Dorfplatz. War hier so ein Brandpäckli reingeworfen. Komm schon. Wow, 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 wow. Es geht hier ab. Egal, ein bisschen zurückgedrängt. Doch nicht. Nein, nein. Ich hab meinen Mate erwischt aus Versehen. Tut mir leid, Mate. Tut mir leid. Alter, haben die uns überrannt. Die haben da reingeschlachtet, als gäbe es kein Morgen. Das war eine sehr unschöne Metzelei. Noch keiner da. Nein, nein. Noch sind die alle unten am Dorfplatz. Gut, aber hier hast du rechts, links viel zu viel Platz. Da kommen die sowieso schneller durch dann. Ja, die kommen easy durch. Ich bin bei dir. Der kriecht hier rum. Hier, zwei kriechen. Da kommt noch einer von hinten. Ja. Durchhalten. Nein. Der hat mich richtig schmiert, Alter. Oh, ich komm hier nicht raus. Oh Gott. Oh mein Gott. Ist Produkt not final. Ist Produkt not final. Schmiergym sagt, noch nicht final. Noch nicht final. Ist noch nicht final. Okay, Leute. Ich stelle hier einen Banner hin. Oder? Nee, noch nicht. Noch nicht. Ich spare mir mal hier noch. Wow, 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 wow. Ich nehme an Kolben. Ich nehme an. Aua. Was war das? Ich ruhe dann hier voll rein. Weil diese Pfeile auf Distanz eh nicht so viel Schaden machen, ne? Oh, jo, 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 jo. Jetzt kommen sie rein. Jetzt kommen sie rein. Ja. Das ist genug. Oh mein Gott. Hinter uns. Alter, alter. Alter. Aber was geht hier? Ist hier nicht irgendwo eine kleine Kiste, wo man sich noch Bandagen dödeln kann? Ah, hier. So, der kriegt's, Junge. Oh, 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 oh. Bam. Nein, ich brenn, ich brenn. Oh, alle brennen, alle brennen. Oh, oh. Kann ich nicht eine Rolle machen? Oh mein Gott, was war das? Der Bogen. Mies. Alter, wie viele sind das? Ich fuhren, werf da auch mal eine Brandbombe rein. Brandbomben sind halt very strong. Alter, wie viele Banner haben die da hinten? Kumulieren die Banner? Ja, weiß ich nicht. Doch schon, oder? Ich mach jetzt nur eine Selbstmord-Brandbombe. Achtung. Treibst du in die Flammen, ja. Also, der eine hat keinen Arm. Prinz ohne Arm. Prinz ohne Arm. Was? Ich hab genau in den reingestochen. Wie kann der noch leben? Sag mal, Ars. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, das ist so eine Keilerei, ne? Ja, ja. Richtig geile Keilerei. Das ist so ein wildes Gemetzel da unten. Boah. Ich hab mich auch mal einfach reingeschmissen. Und das war richtig cool. Hier liegt doch einer. Hält ihm doch auf, dem Buh. Der ist doch erst 13. Der ist erst 13. Hä? Seine dritte Frau wird sich extrem... Der ist doch erst... Ach, der hat sein halbes Leben auf Fuß. Ja. Alter, alter. Ich würd gern einmal hinten durch und die Bodenschützen erwischen. Nee, sorry. Da kommst du nicht so easy durch. Nee, leider nicht, weil da eine riesige Wand aus Fleisch ist. Ja. Guck mal, ey. Beruhig dich, beruhig dich. Ich bin auf deiner Seite, Junge. Boah. Boah. Alter, alter. Alter, was geht da ab? Ich brenne. Ich brenne still. Alter, die Bogenschützen springen sogar hier hoch und... Wow, 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 wollen die einen mitgeben? Ich seh halt nicht. Alter, jetzt kommen sie, jetzt pushen sie aus irgendeinem Grund. Ja, wenn die Nuss halt einmal geknackt ist. Ich komm nicht mehr weg, ich brenne für immer. Ich brenne für immer. Alter, hier ist so viel los. Mal eine Kiste draufschmeißen. Ich brenne halt für immer. Wow. Im Feuertod. Wie, du brennst für immer. Ich hab nicht mehr aufgehört zu brennen. No, 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 ich brenne auch, ich brenne auch. Nein, nein. Oh, ich hab noch ne Bandage. Ah, ja. Boah, geht's da rund. Ui. Ab in die Flammen mit ihm, genau. Treib's hier in die Flammen, Männer. Komm schon, Kaiser gut Damage gemacht. Ja. Aufräumen. Oh Gott, 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 oh Gott. Was ist das? Oh nein. Oh mein Gott, oh mein. Ja, ich bin nach... Dann kommst du aber auch nicht mehr weg. Alter, der wurde am Boden enthauptet. In die Spitzen. In den Wall. Wallstich. Oh nein, ich liege. Helf dir mal hoch. Dankeschön. Haben wir irgendwo noch einen Heilungsbanner? Hat irgendjemand einen Heilungsbanner? Nein, gerade leider nicht ready. Ich hab auch keine Bandage mehr. Boah, den hab ich noch gut rausgefischt. Warum brenn ich schon wieder? Es kotzt mich an. Ich sehe nichts. Drehte den, drehte den. Prinz Tessel. Von Rooster. Ja, in deiner Ferse, Junge. Gute Verteidigung, gute Verteidigung. Nein, das war's. Ne, da komm ich nicht mehr raus. Da komm ich nicht mehr raus. Alter, hast du viele Punkte. Der Banner rotzt halt rein, ne? Naja gut, aber ich mach auch so. Ich verteil viel Schaden auch und so durch den Hammer, weil der mal schnell einem irgendwie in die Rippen prallt, weißt du? Aber mit der Dröte hab ich immer instant so 500 oder mehr Punkte gemacht. Dröte war auch immer gut. Sie sind oben, sie sind oben. Ich bin schon auf dem Weg. Jetzt geht doch die Leiter hoch. Meine Fresse. Kennst du das, wenn so ein Typ an der Leiter irgendwie rauf und runter rutscht? Oh Mann, fuck. Das ist easy. Weil da ein Bogenschütze steht, der einfach die ganze Zeit nach unten glaubt und sich denkt, oh, was ist für ein schönes Leben. Und hinter ihm, ne? Und jetzt direkt an die Dinger, weil sonst machen die nämlich, die legen sofort Bomben. Da braucht nur einer durchkommen. Die legen sofort die Zünderladung dahin. Ja, ich bin bei dem hier drüben. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich bin hier an dem anderen. Links quasi. Also immer in Burgrichtung. Am Ende läuft es eh wieder auf einen hinaus. Wahrscheinlich. Ach du, der eine sprintet durch. Der sprintet einer durch. Was hat der vor? Smoky Olsen, naja. Smoky Olsen. Hier ist eine ganze Olsen-Gang, ne? Ja. Oh, oh, oh. Sie sind hier drüben. Egal. Hier gibt es richtig... Also bei uns gibt es richtig Barbecue. Also hier sind zu fünft hier oder so. Nee, ich habe alleine keine Chance. Es ist niemand da. Es ist niemand einfach da. Nee, ich bin an meinem. Ich bin an meinem. Ja, ja. Wir halten es gerade ganz gut. Alter, hier hat einfach jemand so ein... Oh, wie mies. Er hat aber eine Feuerschale aufgebaut. Was? Ey. Bogen schützen. Ich hasse euch. Und Armbrust schützen. Wie sieht es da drüben bei euch aus? Haltet ihr das Ding oder? Naja, geht so. Es fliegt gleich in die Luft. Ja, bei uns sind halt auch welche. Welche? Aber hier ist alles voll. Ja, aber weißt du, wenn ich jetzt rübergehe, steht das andere nackt da und dann bringt das auch nichts. Also sie haben sich nochmal 30 Sekunden erkämpft. Oh, jetzt überrennen die uns. Jetzt überrennen die uns, du. Was ist eigentlich mit dem Brunnen hier? Ey, jetzt sind wir mal gut hier. Okay, ich hab einen Fisch. Echt? Du hast einen Fisch aus dem Brunnen gezogen und schlägst damit jetzt jemanden zusammen? Verteidigungsfisch. Ah, der Fischmann. Nein, jetzt haben die hier auch eine Ladung. Och, Leute. Ich kann nichts machen. Nee. Alter, werden wir hier gerade überrannt. Leute. Leute. Ich verstehe halt nicht, was die Leute unter Protekten oft nicht verstehen. Weil du kannst dich doch einfach direkt... Warum stellen sich nicht alle vor, das Ding, wo die Ladung hingesetzt werden muss? Warum rausgehen? Das verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Einfach hold the line. Nach hinten stellen. Verteidigen. Entschärfen. Kommt schon, Leute. Oh, Glück gehabt. Alter, hier brennt aber auch wieder alles. Entschärfen, entschärfen, entschärfen. Richtig schön dritten stellen. Dann hier Perry Olsen, Alter, erstmal. Nice. Schwimble kriegt hier von mir aufs Maul. Captain Schwimble. Captain Schwimble-Mimble. Richtig schön, genau so, Leute. Genau so, warum schlagt Emi? Wo ist denn hier schon wieder ein Bogenschütze? Hä? Brennt das noch? Sieht so aus, als würde es noch brennen. Ja, ab und zu sieht das noch so aus. Okay. So, die Wurf-Exte mal reinbuttern. Okay, jetzt haben sie uns. Nein, haben sie nicht. Wir haben uns überrannt. Wir haben uns überrannt. Es entschärft. Leute. Von allen Seiten. Okay, jetzt haben sie uns vielleicht wirklich. It burns. It burns. Boys. Oh, 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 oh. Und, 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 und. Ist da noch irgendeinem Recket dran? Nee, nee, nee. Einfach rein, rein. Nee, nee. Nee. Das ist durch. Ah, Mist. Das ist leider, leider durch. Aber wir haben viel Zeit bei dem einen rausgeschendet. Geschendet haben wir. Ja, rausgeschendet. Okay, jetzt Leute protecten hier. Nein. Ich habe einen Teamkill aus Versehen gemacht. Es tut mir leid. Das wollte ich nicht. Ich wollte doch nur jemanden anzünden. Okay, ich glaube, wir brauchen nochmal eine Tröte hier. Kommt doch einfach hier rüber. Wo seid ihr? Ja, bei dem anderen. Es sind ja zwei. Eine Minute noch. Oh, nee. Ja, bei dem anderen kriegen die nicht. Wow, 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 wow. Er schlägt mir einen Bogen zu. Der Sozio. Nee, wow. Bam, Alter, geil, ey. Warte, warte, Kumpel. Oh Mann, Leute, hier ist niemand. Warum ist hier keiner? So, hier ist er wieder. Klar, es wurde doch entschärft. Ah, nee. Oh mein Gott, ich dachte, es wäre entschärft. Alter, hat es mich zerrissen. Die Explosion. Ja, ja. Ja, ja. Wir kriegen jetzt wieder 30 Sekunden. Ja, aber trotzdem muss das andere noch hinbekommen, wenn wir jetzt alle da gebündelt hingehen. Ja, warum? Das hat vorhin auch nicht funktioniert. Ah, es brennt schon. Saubere Arbeit, Männer. Ja, saubere Arbeit, wirklich. Echt gut. Komm, durch, 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 durch. Wir versuchen es, aber... Da passiert nichts. Alter, wie hat er das geblockt? Wo sind denn alle? Ja, ich bin da, aber ich werde zerkloppt. Oh. Ich wurde hier nochmal hart zerkloppt. Alter, das war eine Runde, du. Das war krass, ey. Freunde, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und... Tschüss. Bittlüh.